JFT, just fair and direct. Die Trading Woche Analyse besprechen. Live dann auch natürlich wieder mit den ganzen Informationen, die die ganze Woche jetzt irgendwo reingeprasselt sind auf uns. Wir hatten ja schon so einiges. Jetzt dann eben die Zinsentscheidung der EZB, die Zinsentscheidung der FED, die CPIs, die PPIs und so weiter und so weiter. Also ihr werdet schon ein Stück weit schlauer sein und natürlich wird der Markt entsprechend auch diese ganzen Events ordentlich verarbeitet haben. Ich weiß es jetzt aktuell noch nicht, wie das alles gelaufen ist, denn wir haben aktuell immer noch Sonntag, den 10.12.2023, wo ich mit euch jetzt trotz alledem mal über den heutigen Tag drüber gehe. Denn auch heute kommen wieder wichtige Wirtschaftskennzahlen. Also ich habe mir wirklich so eine der wichtigsten Wochen bezüglich von der Wirtschaftskennzahlen ausgesucht, um Urlaub zu machen. Ist eigentlich nicht meine Art. Habe ich auch so ein bisschen halb verpeilt, aber ich hätte den Urlaub trotz alledem nicht anders legen können. Also ich hätte mich ja wahrscheinlich trotz alledem, auch wenn ich es jetzt irgendwo in meiner Urlaubsplanung so ein bisschen im Kalkül gehabt hätte, ein bisschen schärfer trotzdem irgendwo so wählen müssen. Aber Risikohinweis erstmal. Lest euch diesen bitte durch. Achte bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere und gegebenenfalls Fortrade definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern erledigt euch jetzt kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen und meine weiteren Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker JFT habt, dann wie gewohnt auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr dann diverse Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker beantwortet bekommen. So und dann switchen wir auch heute nochmal ganz kurz drauf. Hinweis, Adventskalender von JFD. 24 Tage, 24 Türchen, 24 Überraschungen, eigentlich viel mehr, denn hinter jedem Türchen ist nicht nur eine Überraschung, sondern teilweise mehrere. Plus eine Endverlosung, dann ja, wir werden das nicht direkt am 24. machen, sondern wahrscheinlich irgendwo am 25., 26. oder gar 27., denn am 24. will natürlich keiner von uns dort irgendwo eine Verlosung sich anhören, sondern will natürlich mit seinen lieben Weihnachten feiern. Somit wird es da trotz alledem eine Endverlosung aller Teilnehmer, die hier bei dem Adventskalender mitgemacht haben, geben, wo es da auch nochmal zusätzlich interessante Preise gibt, unter anderem einen kompletten kostenfreien Zugang zu meinem Level Up Your Trading Kurs. 1.500 Euro alleine, das schon an Wert und einer von euch darf dann kostenfrei mit teilnehmen, wird auch mit mir persönlich in Konversationen gehen können. Wir werden dort Fragerunden haben, ihr könnt mir Fragen stellen, alles mögliche, werden natürlich viele, viele Insights, werden dort besprochen, natürlich komplett erklärt, wie ich trade, wie ich das mache, wie eben auch meine Performance ist, wie das Ganze bei mir aussieht. Also da habt ihr die Möglichkeit, eben wirklich kostenfrei mal mit dabei zu sein und das Ganze wird am Ende dann eben unter anderem einen Zugang frei verlost. Der Kalender, den haben wir jetzt schon mehrfach besprochen, den Tag heute, den 15.12.2023, haben wir noch nicht besprochen, den schauen wir uns jetzt an, 7 Uhr, da klar unterschaut, gibt es nicht natürlich den Stream, sondern das Video jetzt gerade. 9.30 Uhr, das Divisenradar, 10 Uhr der Live Trading rum und um 15 Uhr wird es keine US Opening Bell am heutigen Tag geben. Aber heute, Mittag, um die Mittagszeit herum, wir haben heute mittlerweile nun den 15. Dezember, wir hatten es am Wochenende mit der Trading-Wochenanalyse besprochen, wir werden heute den großen Verfall haben. Und vielleicht an der Stelle ganz kurz, ich hatte in den letzten Videos, sind wir nicht, mal gucken, habe ich den überhaupt offen, ja, den Chart habe ich offen, ich hatte in den letzten Tagen, jetzt in den vorbereiteten Videos, jetzt hier nicht auf den Chart geschaut, aber ich möchte an der Stelle nochmal kurz den Chart zeigen und zwar die Wichtigkeit des heutigen Tages, je nachdem natürlich, was in den letzten Tagen passiert ist, ich weiß das jetzt nicht. Und jetzt sind wir mit dem Freitag natürlich noch am weitesten weg vom heutigen Tag, ja, Sonntag, 10.12. heute, wir reden jetzt schon über den 15.12., inklusive dieser ganzen wichtigen Events wird natürlich der Markt definitiv ganz woanders stehen. Aber, ganz wichtig an dieser Stelle, wenn wir jetzt hier mal drauf schauen, diese Verfallstage wie heute sind nicht selten auch wirklich Tage, zumindest muss es nicht zwingend der Tag sein, aber zumindest irgendwo, ja, diese Regionen, wo gerne auch mal Richtungswechsel stattfinden. Ich will das jetzt nicht irgendwo predikten und sagen, hey, heute kommt der große Wechsel, je nachdem natürlich auch, was irgendwo passiert ist, ich will nur mal einmal darauf hinweisen, der letzte große Verfall war hier. Und danach gab es dann wirklich erstmal eine ordentliche Abwärtstendenz und dann natürlich jetzt eben auch wieder seit dem November diese ordentliche Rallye, die wir jetzt hier aktuell sehen, wo wir jetzt mal schauen müssen, wann diese dann endgültig dann auch mal vielleicht vorbei ist, aber you never know. Wir wissen es nicht, mal gucken, ich bin wirklich gespannt, wie die Handelswoche am Ende aussieht, aber ich wollte das jetzt nur nochmal zeigen und darauf hinweisen, das ist heute der Fall, 15. Dezember. Wir gehen dann auf die Wirtschaftskennzahlen für den heutigen Tag drauf. Neben den ganzen Events der vergangenen Tage, EZB, FED, CPIs, PPIs und so weiter und so weiter, wird es heute nochmal wieder wichtige Zahlen geben und auch hier natürlich noch verstärkter wichtig, je nachdem, was Jerome Powell dann auch sagt, inwiefern sie weiterhin data-dependent sind, vielleicht eben auch verändernde Wirtschaftskennzahlen irgendwo kamen, worauf sie dann eben auch achten werden. Wir werden die Einkaufsmanager-Indizes bekommen und zwar die Flashes. Die Flashes sind insofern am wichtigsten, weil sie am nähesten dran liegen, quasi am Erhebungszeitraum und von daher eben auch mit einer der höchsten Relevanzen haben. Wir werden das Ganze aus Frankreich bekommen, Deutschland aus der Eurozone an sich, aus Großbritannien. Hier, wie gewohnt, ist die Gesamtheit wichtig. Zu schauen, sprechen die Zahlen in Summe einen gemeinsamen Ton, sind sie alle positiv, sind sie alle negativ, sind vielleicht die Kernzahlen positiv, auch was die Eurozone betrifft oder ist das alles so ein gemischtes Bild? Und dann natürlich nach hinten heraus dann auch diese gleichen Zahlen für die USA. Das ist natürlich immer noch mit am wichtigsten, die kommen dann um 15.45 Uhr am heutigen Tag heraus, ist natürlich am Ende ebenfalls wichtig. Emperor Statement Effect und Index 14.30 Uhr ebenfalls noch, wobei hier die PMIs doch wirklich die größte Relevanz haben sollten. Und je nachdem natürlich auch, was in den letzten Tagen so passierte, ob es vielleicht einen Sentiment-Switch gab und dann eben die Zahlen auch durchaus vielleicht wieder genau Gegenläufiges zeigen, das weiß ich jetzt nicht und will es auch natürlich logischerweise, ich will meine Glaskuh jetzt nicht streicheln. Es macht auch keinen Sinn jetzt irgendwo die ganzen Events auszuwerten. Wichtig ist, dass das für heute kommt und dass darauf natürlich am Ende zu blicken ist. Dann natürlich auch, je nachdem wie in den letzten Tagen das Ganze hier abgegangen ist mit den ganzen Anleiherenditen, die können sich natürlich diesbezüglich dann auch wieder durch die PMIs verändern, beziehungsweise natürlich auch die Gedanken des Bruttoinlandsprodukts und so weiter und so weiter. Also das ist natürlich dann für den heutigen Tag definitiv ebenfalls noch wichtig und wir werden es dann schon wahrscheinlich übermorgen, heute ist ja Freitag der 15. für euch, oder für mich dann ja auch, wenn das Video online geht und dann werden wir wahrscheinlich übermorgen, spätestens übermorgen dann auch wieder mit der Trading-Wochenanalyse online gehen, das Ganze, die ganze Woche Revue passieren lassen und uns dann natürlich wieder Gedanken machen für die dann bevorstehende Handelswoche, wo ich dann auch wieder voll da sein werde, da werden wir die Streams morgens dann auch live haben und natürlich dann eben über die für mich letzte Handelswoche des Jahres philosophieren und natürlich auch die Märkte jeweils dann wieder neu einordnen. In diesem Sinne, euch einen wunderbaren Freitag, einen wunderbaren Rest, nee, letzten Handelstag der Woche und dann natürlich am Sonntag einen wunderbaren dritten Advent erstmal. Bis dahin euch nur das Beste, euer Markus Klebe, bye bye und ciao, tschüss!